Auf gehts in die nächste Runde Hunt Showdown Bei Dunkelheit und das ganze jetzt mit einem zufälligen Trio Oh 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 Was ist das? Was kann hier auch ein Geetlinger noch einsammeln? Ja, ganz schön laut auf der anderen Seite der Pestung Ja, ganz schön laut Wir warten scheinbar nicht auf die anderen Teams, sondern wir gehen einfach verbauen. Wir warten. 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 Wir haben. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir haben. Wir warten. 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 Wir warten.